Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder aus der Mini-Kurzreihe Drei Bücher, die... Und heute habe ich drei Bücher mitgebracht, die ich mir nicht selbst ausgesucht hätte, wohl auch nicht selbst dazu gegriffen hätte, dennoch aber Highlight-Bücher von mir sind und die ich auch wirklich sehr, sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Ich habe dazu bereits einen ersten Teil zu Stephen King Büchern hochgeladen. Ich werde eine eigene Playlist erstellen, die findet ihr unten in der Infobox. Schaut da dann auch super gerne mal vorbei. Es werden auch noch weitere Videos dazu folgen, denn ich habe einige Fragen sozusagen oder Aufgaben von euch via Instagram bekommen, findet ihr auch unten in der Infobox. Und das werde ich jetzt so nach und nach mir die Bücher aussuchen und euch dann auch in Videoform zeigen. Das erste Buch ist auch somit das älteste Buch, was ich vor zig Jahren, also bestimmt schon 20 Jahren, geschenkt bekommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich damals irgendwie einen Vermerk gemacht habe. Wahrscheinlich nicht und es ist auch nicht diese Ausgabe. Es ist, ja, Interview mit einem Vampir von Anne Rice. Das ist mittlerweile schon meine eigene Ausgabe, die ich dann nachgekauft habe, denn die erste Ausgabe, die ich bekommen habe, war schon bei weitem älter und zerfletterter und wurde mir aber von einer lieben Freundin meiner Mama so ans Herz gelegt und ihr habt gesagt, Mensch, du möchtest was über Vampire lesen, dann greif da dazu. Und es ist eben die Geschichte von Louis und der sehr schwere Schicksale erlebt hat, der in New Orleans lebt und eines Tages trifft er auf Lestat, der ihn dann eben auch zum Vampir macht. Und wir haben hier auch eine Lebensgeschichte, die im Grunde von Louis hier, dem Reporter, erzählt wird. Deswegen auch Interview mit einem Vampir und der ihm die Lebensgeschichte erzählt, wie er sein Vampirsein empfunden hat, wie es mit anderen Vampiren war, wie das Verhältnis zu Menschen wurde, wie sich die Zeit verändert hat und eben auch von großen Lieben, großen Freundschaften und großen Schicksalsschlägen erzählt. Und ja, es ist ein wahnsinniges Buch. Es hat nicht sehr viele Seiten, es ist wirklich dick zusammengestrickt und hat wirklich wahnsinnig viele Lebenspunkte und zeigt uns mal Vampire ein wenig anders. Gerade wenn man sonst diese blutrünstigen Monster von der damaligen Zeit so in Erinnerung hat. Ich meine, heute sind ja Vampire wieder ganz anders gezeigt und dargestellt, aber damals hat man Vampire ja oft sehr blutrünstig, ohne Seele gezeigt. Und wir haben hier bei Louis definitiv einen ganz anderen Charakter, den man sehr ins Herz schließt, der einen sehr leid tut, der Dinge tut, die man manchmal nicht unbedingt versteht, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht das Ziel. Und ich habe dieses Buch auch schon bestimmt fünf, sechs Mal gelesen und ist für mich wirklich eine Highlight-Geschichte. Zudem mag ich die Verfilmung mit Brad Pitt wirklich super gerne. Also auch Tom Cruise, Antonio Banderas, Christian Slater, also der ganz jungen Kirsten Dunst. Also wirklich eine tolle, tolle Verfilmung. Über die Serienverfilmung, die es seit diesem Jahr geht, sprechen wir einfach nicht, weil da einfach so viel anders ist. Ja, da spreche ich mal in meinen Serien-Film-Rückblick drüber. Das ging für mich gar nicht. Aber ein tolles Buch, was Vampire wirklich einfach mal einzigartig anders gezeigt hat und hierzu wirklich große Freude gemacht hat und mich wirklich nachhaltig auch auf diese Welt so gebracht hat. auf das Übersinnliche und auf die Vampire und ja, so das Dunkle, was es irgendwie geben könnte, näher gebracht hat. Ein Buch, was eine Empfehlung von der lieben Becky war, was die ihr ja auch schon auf meinem Kanal kennt, ist Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Das hat sie mir so, 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 so ans Herz gelegt, dass ich es mir zugelegt habe beziehungsweise dann auch das Hörbuch, ja, jetzt muss der Hund trinken, beziehungsweise auch das Hörbuch von Dirk Bach gesprochen, gehört habe und das ist Fantasy, die wirklich so fantasievoll ist, dass man sich denkt, wie kann sich das ein einzelner Mensch eigentlich ausdenken. Walter Mörs schreibt hier eine Welt, die ist bildhaft, die ist lebendig, die fühlt sich einfach nur buchnerdig gut an und die macht einfach großen, großen Spaß. Also ich hatte wahnsinnig viel Freude beim Hörbuch hören. Ich habe wirklich mit Dirk Bach mitgefiebert und hatte hier wirklich tolle Unterhaltung und ich finde diese ganze Welt rund um Zermonien einfach toll. Es sind mittlerweile noch einige mehr Bücher hier unten, hier unten? Nein, hier oben. Nein, wo stehen sie? Hier oben. Bei mir eingezogen und ich habe auch einige schon gelesen und ich glaube, alle Fans warten jetzt auf den dritten Band, der, glaube ich, aber immer noch nicht angekündigt ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe noch den zweiten Band hier auf dem Sub. Mir wurde aber empfohlen zu warten, bis irgendwie der dritte angekündigt ist und wir sind hier eben unterwegs und mit Dichter, genau, Hildegunst von Mythenmetz und der ist auf der Suche nach einem Manuskript und das führt ihn dann eben nach Zermonien und wir treffen da Buchlinge. Wir sind in einer Gesellschaft, die Bücher über alles liebt, die das Lesen total fesselt und toll findet und ja, ich hätte wohl nicht zu diesem Buch gegriffen, wenn nicht Becky so geschwärmt hätte und sie das mehrmals gemacht hätte und ja, sie auch immer wieder erzählt hat, wie toll das ist, die Welt toll ist und dann habe ich von ihr auch noch ein Weihnachtsbuch geschenkt bekommen, habe mir selbst eben auch noch andere Werke besorgt und habe große, große Freude bei Walter Mörs einzutauchen. Das Buch steht jetzt so ein bisschen stellvertretend für die Reihe und ja, habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Ein Highlight, was erst dieses Jahr zum Highlight wurde, aber ganz gut passt, ist tatsächlich die Tintenherzreihe von Cornelia Funke, auch schon öfters über den Weg gelaufen, letztes Jahr tatsächlich so zufällig mit zwei, drei Leuten unabhängig voneinander gesprochen und eine Freundin von mir hat sich dann total gewundert und gesagt, was, die Reihe kennst du nicht, Steffi, die musst du lesen und dann habe ich es geschenkt bekommen und habe es dann auch auf den Malediven in meinem Urlaub gelesen und ich habe es geliebt. Band 2 und 3 liegt auch schon hier oben, das sind die Vertreten, weil ich jetzt natürlich das Buch rausgenommen habe und ich muss sagen, es ist wahnsinnig fantasievoll. Diese Welt, in der jemand vorliest und dann entspringen die Charaktere aus den Büchern, dass das auch gewisse Konsequenzen birgt und dass wir dann eben Charaktere, die dadurch in unsere Welt gekommen sind, nun irgendwie einfangen müssen, um irgendwie wieder das Gleichgewicht herzubringen, was das für eine Bürde ist, aber gleichzeitig für eine Freude eigentlich zu sagen, ich kann diese Magie fühlen und weitergeben und dieses Vater-Tochter-Gespann und das war einfach toll. Wir haben ja auch so eine kleine Reise durch die Welt, in der wir uns eben befinden und wir treffen auch verschiedenste Charaktere, die auch sehr liebenswürdig sind, die wirklich die Geschichte voranbringen, die sie vorantragen auch und das macht einfach Spaß. Auch diese Buchcharaktere, die ja gar nicht wissen, dass sie eigentlich nur aus einem Buch entsprungen sind, sondern ja eigentlich denken, sie sind hier in ihrer richtigen Welt und gar nicht das verstanden haben, dass sie nur Buchcharaktere sind. Also einfach großartig. Ganz, ganz, ganz toll. Gibt es ja auch eine Verfilmung, die habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Möchte jetzt auf jeden Fall auch mit Band 2 und dann 3 weitermachen. Ich möchte weiter in dieser Welt umhergehen und das ist wirklich ein toller Auftakt gewesen. Spannend, packend, fantasievoll, bildhaft, toll geschrieben. Hier hat mich Cornelia Funke wirklich total abgeholt und ich hätte wohl nicht zu dem Buch gegriffen, wenn ich zwei, drei Leute tatsächlich gesagt hätte, Steffi, das kann doch gar nicht sein und letzten Endes mir sogar eine liebe Freundin dieses Buch schenkt. Dann wäre das Buch wohl immer noch irgendwo im Nirvana und nicht irgendwie auf meiner Highlight-Liste. Und das waren jetzt drei Bücher, die ich mir nicht selbst gekauft, ausgesucht hätte, aber eben dann doch zu einem Highlight wurde. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Bücher in dieser Art habt, wo ihr sagt, Mensch, habe ich immer wieder empfohlen bekommen, habe ich geschenkt bekommen und dann wurde es zu einer Highlight-Geschichte von mir. Dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst uns da gerne ein bisschen austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.